Herzlich Willkommen auf Cats Palace. Heute mit einem Special. Wir sind heute bei der Katzenhilfe Westerwald. Kommt mit rein! Das ist Winnie. Winnie ist ein sehr verschmuster, aufgeschlossener Kater. Winnie ist am 18.01.2008 geboren und er ist ein Freigänger. Hallo Winnie. Gerne möchte Winnie in seinem neuen Zuhause wieder Freigang genießen. Musik Musik Hallo, du bist aber auch total müß. Lili ist eine sehr verschmust und liebe Katze. Lili ist eine Freigängerin und sie möchte gerne in ihrem neuen Zuhause wieder Freigängerin sein. Leider konnte Lili in ihrem alten Zuhause nicht mehr nach draußen und war dort überhaupt nicht mehr glücklich. Deswegen kam sie in die Katzenhilfe. Lili ist 2015 geboren. Lili ist von Futter, es steht hier Trockenfutter zur Verfügung, wenn sie später mal ihren richtigen Freigängerin hat, dann wird die auch wieder schlanker. Genau. Die ist eine recht liebe Verschmuste Katze, aber halt auch automatisch. Ich habe gemerkt, wenn man sie streichelt am Popo mag sie nicht so gern, da hat sie mir das gerade schon gezeigt. nicht mehr. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.